Also ich bin sehr gerne auf dem Hauke geflohen. Es ist das erste Flugzeugminister, auf das ich rumgeschmückt wurde. Es ist wahrscheinlich wie im wichtigen Leben und bei der ersten Liebe diesmal am tiefsten. Von daher glaube ich, habe ich eine sehr enge Verbindung zu dem Flugzeug. Es hat Spaß gemacht, die speziellen Einsätze, die wir fliegen konnten, Rotten City zu nennen, Viberenz zu nennen, mit kurzem anspruchsvollen Pisten, anspruchsvoller Anflüge, es war einfach sehr, sehr speziell und hat sehr viel Spaß gemacht. www.feyyaz.tv